Ich bin faul, ich spiel in der BF 42. Ich bin Max und ich spiel auch in der BF 42. Ich bin der ich nicht für Waffe und spiel auch bei der BF 42. Ich bin der BF 42. Rundalber Profis, wie können wir das besser machen? Hallo Jungs, ich habe gehört ihr arbeitet gerade an eurem Wurf mit Brett. Dazu würde ich euch natürlich gerne ein paar Tipps geben. Der Wurf ist grundsätzlich natürlich nicht anders, aber ihr müsst anders zielen, als wenn ihr von vorne wirft. Die Wurfhand bleibt das gleiche, die spreizt die Finger. 90 Grad Winkel. Die andere Hand stützt den Ball eigentlich nur. Und dann immer darauf achten, der Forder zu abklappen mit dem Handgelenk und den Fingern, dass es Richtung Korb zeigt. Und ihr müsst in das Viereck rein zielen. Und am besten zeigen wir euch mal ein paar Würfel. Am besten auch noch in die Knie ein bisschen gehen. Die Beine dazu benutzen, dass ihr nicht so viel aus dem Arm werft. Dann ist es noch einfacher. Und ja, viel Spaß beim Üben und ganz viel Treffer.